Ja, jetzt heil mich auch, wenn du schon mit mir einen Marathon läufst. Oh, ein Vulkanausbruch. Oh nein! Kleines Fuchsi! Ah, er hat mich wiederbelebt. Er ist doch mein Freund. Kapitel 2 Oh nein, ich humpel. Oh. Es humpelt. Oh nein. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich kann kaum laufen. Ich will was anderes, das ist zu emotional. Wie war das? Ich wollte eh gerade weinen. Das ist gar kein Problem. Wer schneidet hier Zwiebeln? Oh, das ist so traurig. Oh nein, jetzt rutsche ich noch mehr. Mit verletzter Foto. Das habe ich nicht kommen sehen. Das kam jetzt überraschend. Kriege ich jetzt ein Denkmal? Wurde schon gelacht, geheult, alles dabei ist. Ich habe Hoffnung, dass es dem Fuchs gleich wieder gut geht. Und wir der Held sind. Vom Spiel. Nein, dass es dem Fuchsi nicht gut geht, finde ich scheiße. Oh nein, Vulkanausbruch. Das können wir jetzt noch gebrauchen, Vulkanausbruch. Ich könnte nicht mal wegrennen. Oh, kann der nicht erst mal meine Pfote reparieren? Bitte reparier einfach erst mal meine Pfote. Der ist krank geworden. Dann ist er umgekippt und runtergefallen. Seitdem rumpel ich ein bisschen. Erst hatte er nur Schnupfen. Dann ist er umgekippt. Und dann ist er auch irgendwo runtergefallen. Erst mal mit anderer Musik. Mein Pfötchen. Oh, der weint jetzt auch noch. Nur auf zu weinen. Ist schon wieder so ein Typ? Nicht weinen, Fuchsi. Sind wir jetzt bald mal da? Meine Pfote tut weh. Der läuft erst mal noch einen Marathon mit mir, bevor er meine Pfote heilt. Oh, Balou. Oh nein, jetzt lege ich mich wieder hin. Siehst du, das war zu viel. Ich bin zu viel gelaufen. Jetzt hast du mich noch mehr kaputt gemacht. Dann soll ich es ihn verziehen, ja. Safe. Ja, jetzt heil mich auch, wenn du schon mit mir einen Marathon läufst. Du kannst das. Ich weiß das. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Ich kann nicht fliegen. Irgendwie traurig, voll. Aber guck mal, jetzt habe ich auch so. Jetzt leuchte ich auch. Ah, guck mal, ich laufe wieder normal. Ich bin wieder gesund. Yeah. Er ist endgültig verwandelt. Yeah. Ich habe jetzt LEDs. Ich bin ein Fuchs mit LEDs drin. Yeah. Ey, Dude. Dude, kann ich dir helfen? Dich müssen wir doch auch irgendwie erlösen, oder? LED-Tattoos. Jetzt kann ich die ganze Story wieder zurücklaufen. Ah, hier ist der Stock doch. Von dem Dude. Komm her, komm her, komm her. Ich erlöse dich, mein Guter. Warum auch immer ich das tue, aber bitteschön. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. funkel funkel kleiner fuchs so aber wo ist denn jetzt mein oder der geist ist jetzt in mir was auf einer seite cool und auf der anderen seite ziemlich eklig wäre aber das wird es wahrscheinlich sein oder euch jetzt den ganzen weg zurück laufen muss ne da bin ich ja runtergestürzt okay das war die falsche richtung perfekt a hier geht's hoch das wärs wieder aus fressbett legen und zack wieder foto verletzt jetzt kann ich die dinge auch an leuchten interesting aber jetzt habe ich keine leds mehr in mir da 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 da